Hallo, heute möchte ich über Raum und Zeit sprechen. Ich bin hier in diesem wunderschönen Garten und hier steht ein Baum, in dem ich gerne sitze, der über 400 Jahre alt ist. Und er steht hier und ist einfach Baum. Hier und jetzt. Was hat das mit dir zu tun? Ja, hier und jetzt ist da, wo du dein Leben spüren kannst, wo du dein Ganzes spüren kannst. Nur hier und jetzt geht das. Heißt das, dass du deshalb nur hier und jetzt bist und dass es dich nur hier und jetzt gibt? Nein. Hier und jetzt ist auch die Erfahrung von vorher und hinterher. Von dort und woanders, all das gehört zu dir, zu deinem Ganzen, so wie der Apfelbaum zum Apfel.